ich kann mir nicht vorstellen dass er sich die farbe selbst ausgesucht hat ist eine frau so haben wir hier ein wägelchen standard wägelchen alles in ordnung bisschen dynamit drin bisschen geld drin und eine flasche was man halt braucht für eine gute party ja alles dabei 30 zentimeter hoch das ist schon ein orschi richtig und mit dem prügel haben wir spaß ein traum alles mögliche jetzt halt einfach sinnlos mehr nur weil ich es euch besorgt habe anstatt dass ihr es euch selbst ich wollte es nicht machen ich könnte sich manchmal dafür nicht gemacht wird lieber irgendwo tot über dem zaun hängen bisschen gefummelt dass das schön wird aber es soll dann am ende geschmeidig gehen und wenn ich da irgendwie mit werkzeug noch nacharbeiten muss und irgendwas irgendwo fest das macht mir keinen spaß und hier ging alles wunderbar glatt flüssig ineinander die sachen haben nicht zu viel spiel sitzen aber fest genug es wirklich gut ist es wirklich gut ich bin ich war verblüfft schlicht angreifend verblüfft und bin begeistert ich finde das hinten auch mit dem mit den fliesen hier das finde ich schön gemacht das sieht einfach gut aus also ist wirklich ich finde ich finde es klasse mir gefällt sie sehr gut die 350 euro müssen wir vielleicht noch mal nüchtern betrachten und überlegen was da los war nochmal nüchtern im wie sie